Das ist so das, was ich bei mir mit Vandoms. Jetzt hier Swerverspielen wird mir nicht so Spaß machen. Gerade dieses Kommunizieren bei diesem Spiel ist einfach wichtig auch und macht sehr viel Spaß. Weil die Brause das nicht, aber hier ist das echt wichtig. Ich glaube, da kann man sich echt gut einspielen mit der Zeit, wenn man das öfter spielt. Ja. Ein bisschen Taktik hinausknüppeln und so. Ja, genau. Ja, aber ganz ehrlich, auch bei DVD ist es schöner. Also, wenn ich daran denke... Ja, natürlich ist es einfach, das stimmt. Aber man braucht es. Du kannst halt auch Solo oft machen. Aber hier Solo laufen, bist du tot. So, das meine ich jetzt. Macht jetzt gar nicht mehr. War es das Hüpfel? Nee, das Einschmieren. Ich dachte, wir kriegen jetzt eine super Haut nach, ja? Ja. Das ist eigentlich echt nicht verkehrt, ne? Das Einschmieren sollte man sich auch zur Gewohnheit machen. Ja, es ist halt gut, dass es nicht lange hält, ne? Ja. Ja, das stimmt. Gehen wir direkt zum Punkt hier, ne? Würde ich sagen. Ja. Mal erstmal hier. Das war ich. Wo kann ich looten? Wo kann ich looten? Da hinten ist aber einer. Oh. Wie kann ich denn den eigentlich deaktivieren, wenn der losgeht? Äh, wenn losgeht, weiß ich nicht. Also, ich weiß nur, du kannst ihn deaktivieren, wenn der noch nicht da ist, kannst du das Gerät kaputt machen. Okay. Ah, ja. Und ranstellen nur, ne? Dafür, ja. Ja, und F drücken oder so. Okay. Gehen wir weiter? Mhm. Ja. Gruppen kuscheln. Haltet auf mich. Ich will auch kuscheln. Haltet auf mich. Ich will meine Händchen halten. Ich hab extra schon meine Anti-Falken-Creme drauf. Oh, ja. Stimmt, muss ich auch noch mal ein bisschen nachlegen, ja. Zack, zack, zack. Oh, ja. Hm, eingeschmierte Keine. Ja, hier. Muss ich auch noch. Wie das aussieht. Und jetzt schießt du den in den Arsch rein. Äh, genau. Er ist wieder sehr ruhig, oder? Er konzentriert sich hier wieder. Da musst du fast als Killer aus. Äh, aber ich konnte vorhin auch nicht quatschen, wenn ich so den Massen angespannt bin. Aber jetzt macht der Bohr einfach Laune. Okay. Drohung-Rezeptur müssen wir finden, okay. Aber auch pass die Tür noch. Ohren auf. Wir sind zusammen, ne? Genau. Also ich bin bei dir, die anderen sind irgendwie weggekommen. Haka sind Stealth-Kill. Ach ja, die kann man, glaub ich, auch kaputt machen, ja? Echt? Ja, da ist Gold drin, da manchmal, habe ich in einem Video gesehen. Mach das mal hier kaputt, ja? Ah, da ist nix drin. Oh, hi. Ah, er ist, oh, es ist Team-Mate. Erstmal mit Messer begrüßen, guten Tag. Ja, moin. So. Ah, es ist auch noch mal Moniz. Also der Schalldämpfer ist echt genial, also jetzt habe ich vier erschossen. Habt ihr das gehört? Nein. Ja, ganz leise, aber nur. Oh, der ist hier, der ist hier, der ist hier? Ja. Nur wo, nur wo. Sind wir zusammen? Ja, wir sind zusammen. Hier ist Medikid sonst. Mhm. Wo ist der, wo ist der? Nachschub! Oh, ist der Sack. Äh, äh. Lass, lass weiter, lass weiter zu Sabi unten rumlaufen und die Sachen aufheben. Ja, dann kannst du ein bisschen mit dem Druck setzen. Genau, genau. Ah, ah, nein, 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 nein. Sei von drei. Es springt hier oben. Es ist irgendwo ein Baum? Oder unten? Bin mir nicht sicher? Nein, oben. Was ist das? Ach, das hat irgendeine Bombe geworfen. Ich weiß nicht, was soll icharden. Ich mein, schedo me. Da oben. Na, schau' noch da oben. Ich mein, vorher fliegt. Ja, ich bin hier, ich bin hier. Oh, 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 oh. Ist aber immer Freu? Sehr nah. Sehr nah hier. Wir sind hier. Wir sind hier. das war das zwei von drei drogen rezeptur bewegen 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 die rezeptur genau genau ist sie auch lila oder wie buch oder ein zettel kann aussehen die dokumente einfach habe ich das ja ich habe es nicht jetzt noch eine waffenkiste ja vorsicht erst mal wie sieht sie aus mit eurem leben hat welche medikation ich habe einmal kann ich noch heilen ich habe 90 also ich habe noch selbstheilung also die ist hier unten vorsicht der war gerade wir müssen die rezepturen gleich auch noch zerstören wenn der nicht angreifen war und unheimlicher geht es über uns belebnis beleben 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 hier beleben hallo vor sich das ankommt aber das ist auch nicht nun gehen wir nicht nur das gelegt schon hier oder noch nicht ich habe eins ich habe nur noch hier aber man geht mich auf einem fleck stehen wir dann die anhand und heißen ok also gut ich habe mal ein ich will er also noch zu finden halte auch ich habe 148 alles gut und damit doch nicht ja, nice, nice äh, braucht die Munition? äh, ne, ich glaub nicht, aber, ja könnt ihr ihn nehmen, hier müssen wir warten, ne, ja sind wir zusammen? ja ok Lama-Lange kaputt gemacht Achtung, die NPCs kommen hier ja guckt ihr da rechts guckt ihr links das ist der Sack oh ah, der Karte, die NPCs wie ein Blackbird früher an Deck of the 2 meine Fresse oh, das sind viele, das, oh nichts weiter auseinander ja oh, der lebt noch oh, der lebt noch wow kommt's mal auf, halt auf mich zu schießen, hier ja, so hinter dir ja, so hinter dir Zaga-Naut hier ich frag mich jetzt gerade was macht der Killer? den hörst du gerade den hörst du gerade er lässt uns hier geschmeidig die Leute abschießen ja, steht oben drauf da oben, da oben ganz oben, weiter oben ja, markiert sauber komm runter er steht da er kommt runter hier, 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 hier stell mich beleben, einer beleben kann mich denn einer beleben? kann mich denn einer beleben? ich bin dran er lebt, ich schieß auf ihm er ist liebend, er lebt ach so, geht weg Explosionsradius, rauslaufen lauf, raus, lauf, raus oh mein Gott, ich wurde gerade wieder belebt wow, das ist ein riesenradius lauf, lauf, ja, lauf, lauf du, 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 du ah, gerade so schaffst du es noch, schaffst du es noch? ich bin draußen oh, perfekt der Sack alter okay, so haben wir noch nie abgeschlossen ne oh mein Gott aber das war jetzt direktes Zünden, ne ohne den zweiten Versuch naja, das war es schon ich war schon einmal auf ach so, ach so, ach so, ach so hab ich gar nicht mitbekommen ich bin gerade aus der Linie gesprungen gerade boom jetzt kommt die Explosion da an also mit Risiko quasi erstmal versuchen, weil man das reinsetzt oder mit Risiko wiederholen in dem Sinne das ist cool viel Glück gute Ruhe abgesetzt go 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 ich bin schon unten, oder? nicht mehr gar ich kann glaube ich danach let's go ich will mich erstmal wieder orientieren so ich fliege mit dem Flugzeug weg hier wollen wir uns wieder kurz zusammen und dann tschüss ja, genau hoffentlich klappt das aber jetzt haben wir einen richtig weit einen Weg eben hatten wir einen 200er Weg jetzt haben wir einen 300er Weg interessant im Wald schlendern mhm wir müssen uns spazieren die Umgebung sieht doch echt gut aus, ne? ja, die ist atemberaubend gut gemacht also grafisch muss ich ganz ehrlich sagen ist es richtig gut also so hätte ich mir dbd immer vorgestellt niedrig geschossen ist dann eine andere Angel, ne? dbd ja, aber theoretisch kann man es ja auch ne? ja, aber dbd braucht jetzt die Grafik nicht finde ich für das Gameplay oder? ne, brauchen jetzt nicht aber hätte halt auch cool ausgesehen ja, ja klar ich finde die schönen Veränderungen bei der Gedenkeninstitutmap oder hier diese optische bei mit dem Sonnenaufgang bei der Neue in den Fronten markiert markiert meister Entschuldigung, ich treff den nicht alles gut wir machen nur ein paar äh, hier äh, Warnschweckschüssel damit der weg geht bist du ne Tauber einmal schießen, haut er ab genau und links ist einer Vorsicht irgendwo hier äh, da ist er wo ist er? wir sind zusammen, ne? da da oben, ja? oben auf dem Baum abmarkiert ja, 10 hier drüben pflanze man, ich wollte oh aufladen, nicht markieren aber das markieren ist gold wert, ja? ich höre den wusste ja, das ist richtig gut wir gehen schön entspannt hier, ne? oh egal, wir sind zu zweit kommt ihr da hinten auch, oder? ja, ich will Prue jetzt nicht alleine lassen lassen lass uns mal in der Mitte treffen ach du ach du oh, die Disc, die Disc, oh kann ich die kaputt machen? ja, aber er musste wieder auch holen denk dran echt? er war gerade hier ach so, hat er die auch gerufen, echt? ah, die Disc, ja die steckt hier im Baum, ne, der Speer steckt hier im Baum da ist ein Speer kannst du den kaputt schießen auch? kann ichs benutzen? ach ta ja, geht nicht da lauert er irgendwo ich kann ihn gewähren haben lass mich hinten zur Mission weitergehen jup kann ich sie nehmen wir sind unter uns setzen ist ja voll geil aber ein bisschen ein bisschen hart und unfair ich hatte Prue's boink hinter uns, hinter uns, hinter uns wo? Shotgun meine Güte nein, steig ok, das bringt halt so oh, war woher? ja wir müssen wieder was suchen, ja? ja was müssen wir jetzt suchen? wieder, äh, Drogenrezeptur ah, ok sind wieder so Zettel, ne? äh, so Dokumente, ja ok ne Waffenkiste ist auch noch hier mhm oh, die nehm ich mir mal ne, die Pack auch hier Vector noch, als Zweitwaffe waren aber leider nur zwei drin ok, wir halten euch aber eins was gefunden hast du, nein? alles nice lag wieder an selten Stelle ah, ok vorsicht, hier links irgendwo bisschen, bisschen sammeln, genau hier ein Zettel noch ne da ist der Laptop ja, hier oben eventuell hinter uns hast du ihn gesehen? ne, ich hab nur runterspringen hören aber mit einem Headset das müsste hinter uns gewesen sein grad kann aber halt von einem baum gesprungen sein ein von drei Drogenzettel hier hm mal ein Stück runter da bei solchen Spielen weiß ich immer warum ich das gute Headset gekauft hab damals hm auch bei TBD hab ihn hab ihn meine Güte, schau doch mal auf den Boden, Junge vergiss es guck, wo du hinläufst Ok ok quali ich害 der Speer glaub ich wieder in dene Hand, wenn ich das richtig gesehen hab tô schau doch mal auf den Boden, Junge riech richtig geil wow ist da nicht so e'n Zettel? ey ich Ich finde die Grenzhütte. Da ist einer. Ich sehe einen. Er versucht die ganze Zeit mit dem Ding hier zu schießen. Da hinten ist er, unten auf dem Boden. Schieß, ja. Schließ, 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 schließ. Nein, habe ich nicht. Könnt ihr überleben? Können wir überleben? Und der andere muss drauf schießen. Schieß drauf. Ja, ist weg. Nein, da, da. Leben wieder alle? Oh, weiter, weiter, weiter. Droffballern, droffballern, droffballern. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Lauf, geh weg. Karakai, geh zur Seite. Ich komme nicht vorbei. Was denn? Ja, der Stab. Ich will noch einer den Stab haben. Draußen. Ja. Wir leben nicht alle, ne? Einer ist tot, oder? Ja, ich. Ach so, scheiße. Hat gekillt. Das habe ich gar nicht mitbekommen gerade. Ja, passt so, gestern. Ja, mein Stab. Kommt nochmal zurück und in den Stab. Aber jetzt gerade auch unten mit dem Markieren, das war jetzt wirklich Gold wert. Ich habe mir gedacht, okay, wenn ihr jetzt wisst, von welcher Richtung war. Ich sage immer, da, 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 da unten. Oben ist ja noch, das vergesse ich auch immer, in der Mitte haben wir doch auch oben auf 210 oder West-Süden und sowas den Kompass oben. Den kann man da ja auch nehmen. Oder ist er nur bei dem Killer? Müsste ich jetzt mal gucken. Weiß ich das gerade gar nicht. Also beim Killer oben hast du so einen Kompass auf 200 Grad und Westen und sowas. In der Mitte. Deswegen musst du mal beim Survivor gleich gucken, dass da auch ist.